Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Universe Community Video. Ich bin Sebastian von Star Wars Basis und ich werde euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und auch Fragen beantworten. Wie auch die Fragen, wer eigentlich Darth Phobos war und warum die Jedi sich in Episode 1 so sicher waren, dass Maul ein Sith war. Aber lasst uns erstmal die News der letzten Woche anschauen. Da hatten wir zum einen die San Diego Comic Con mit einfach einer Menge Infos über kommende Romane und Comics. Da gibt es eine ziemlich gute Zusammenfassung von auf der Star Wars.com Seite, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung. Aber das Interessanteste dürfte hier zum Beispiel ein The Acolyte Roman sein, genannt Wayseeker, wo es scheinbar um Vanessa Rowe und Meisterin Indara geht. Wir wissen ja schon, dass es einen Kalnaka Comic geben wird, aber die High Republic Comics werden ab Februar 2025 auch weitergehen. Und auch da wird scheinbar Kalnaka mit auftauchen. Es ist ein anderer neuer High Republic Roman angekündigt worden, aber auch zum Beispiel ein Buch mit der Art von Star Wars Outlaws. So wie es das zum Beispiel auch zu Fallen Order und Jedi Survivor gab. Und generell ist ja jetzt mittlerweile dieser große Star Wars Comic Run zu Ende gegangen, wo es viel zum Beispiel um Dr. Afra und viel um Kopfgeldjäger ging. Und dann hinterher auch um Crimson Dawn und Kira. Das geht mittlerweile wirklich zu Ende. Und jetzt wissen wir auch, wohin die nächste Ära von Star Wars Storytelling geht. Nämlich mit der Schlacht von Jakku, die in verschiedenen Comics scheinbar unterschiedlich beleuchtet werden soll. Was ja diese große finale Schlacht zwischen Rebellen bzw. Neuen Republik und dem Imperium ist. Da haben wir in der Nachspieltrilogie schon was zu gelesen. Da tauchte das ja das erste Mal auf. Und zum Beispiel auch in den Earth World Squadron Romanen oder in Battlefront 2 am Ende war das mit dabei. Und darum werden sich jetzt die Comics als nächstes scheinbar weiter drehen. Was ziemlich cool ist, weil uns das auch bei den Comics in eine neue Ära bringen könnte. Denn die Comics, zumindest dieser große Hauptcomic Run mit wie gesagt Dr. Afra, Darth Vader und den Kopfgeldjägern spielte so in der Zeit zwischen Episode 4 und Episode 6. Und jetzt gehen wir halt über Episode 6 hinaus und könnten damit den Comics auch irgendwann in Richtung der Zeit von The Mandalorian, von Thrawn, von Ahsoka kommen. Was interessant werden könnte, wenn da noch mehr Geschichten um die Serien und bald kommenden Filme drumherum erzählt werden könnten. Aber ich bin jetzt schon bei kommenden Filmen. Wir haben zwei sehr sehr interessante Leaks zu The Mandalorian and Grogu bekommen. Was ja der Madiverse Film ist, der im Mai 2026 kommen soll. Und der nächste Star Wars Film, der überhaupt in die Kinos kommen soll. Der eine Leak ist inhaltlich, das andere geht um Dreharbeiten. Inhaltlich ist aber so ein Mini-Mini-Meister-Spoiler, was glaube ich niemanden spoilert. Deswegen nehme ich das auch hier mit auf. Sonst würde ich Leaks, die potenzielle Spoiler sind, jetzt auch nicht mit hier in die Videos reinnehmen. Aber der relativ reputable Leaker-Making-Star Wars geht scheinbar zwischendurch immer mal wieder zu den Sets, die in L.A. oder an der Westküste der USA so existieren. Hat auch schon das ein oder andere Setfoto gemacht von den Sets, die da gerade gebaut werden. Und das Einzige, was diese Leak besagt, ist, dass da ein Set für Nevarro aufgebaut wird. Der Planet ist bisher in allen Mandalorian-Staffeln aufgetaucht. Und ist jetzt auch der Planet, wo Mando und Grogu sich am Ende von Mandalorian-Staffel 3 zur Ruhe gesetzt haben, sozusagen. Wo die ein Häuschen haben. Deswegen ist es im Prinzip klar, dass der Planet in irgendeiner Art und Weise auch im Film auftauchen wird. Es wäre eine Überraschung, wenn er nicht auftauchen würde. Deswegen ist das, glaube ich, kein großartiger Spoiler. Aber deutlich interessanter ist das andere Leak von Making-Star Wars. Denn Making-Star Wars berichtet, was mit einigen anderen Berichten übereinstimmt, dass die eigentlichen Dreharbeiten zu The Mandalorian und Grogu im Leak steht drin in ca. 3 Wochen. Aber das Leak war letzte Woche, also in ca. 2 Wochen starten sollen. Also die Hauptdreharbeiten ab in 2 Wochen und dann sollen die Dreharbeiten, der Plan ist, so ca. 4 Monate dauern und die Postproduktion ca. 6 bis 8 Monate. Was scheinbar deutlich kürzer und damit auch deutlich preisgünstiger wäre, als z.B. die großen Marvel-Filme, die so 4 bis 6 Monate drehen und dann mindestens 12 Monate Postproduktion haben. Wenn das klappen könnte, wäre das super fest der Wars. Aber noch viel interessanter ist die Tatsache, dass Making-Star Wars berichtet, dass einige zeitsensitive Szenen schon vor 2-3 Wochen gedreht worden sind für den Film. Das heißt, die eigentlichen Dreharbeiten starten erst in 2 Wochen, aber einige Szenen sind schon gedreht worden. Und für mich kann das nur eine einzige Sache bedeuten, denn der Mandal-Schauspieler Pedro Pascal dreht ab, ich glaube heute, Fantastic Four. Und dementsprechend wäre er jetzt die nächsten Monate nicht für The Mandalorian und Grogu wirklich zu haben. Aber bei The Mandalorian steckt ja meistens Pedro Pascal auch gar nicht in der Rüstung drin. Der ist am Set manches Mal vielleicht in der Rüstung, aber ansonsten halt, wenn sein Gesicht zu sehen sein muss. Und ansonsten bleibt er nur seine Stimme. Meistens sind es Stuntleute in dem Kostüm oder Brandon Wayne, der Enkel von John Wayne, der quasi so das Body-Double für Pedro Pascal ist. Deswegen würde ich vermuten, dass diese Szenen, die da gedreht worden sind, eben die Szenen sind, wo den Jaren ohne Helm zu sehen ist. Wo die wirklich Pedro Pascal gebraucht haben. Und was dann noch interessanter ist, das könnte darauf hindeuten, dass den Jaren ohne Helm mit Boba Fett gleichzeitig auftaucht. Denn zu dem Zeitpunkt, wo diese Szenen mit Pedro Pascal vermutlich gedreht worden sind, ist der gleiche Zeitraum, wo der Boba Fett-Schauspieler Tamara Morrison ganz zufällig super spontan auf den letzten Drücker, die NovaCon oder die Super NovaCon in Perth in Australien absagen musste. Da wurde sich vielmals entschuldigt, aber es ist was ganz Wichtiges dazwischen gekommen und deswegen kann Tamara Morrison da nicht dran teilnehmen. Was für mich bedeutet, da sind Szenen mit mindestens Mando und Boba gedreht worden und beide kommen vermutlich in dem Film vor. Ich meine, dass Mando drin aufdauert, wenn der Film The Mandalorian and Grogu heißt, war zu erwarten. Aber dass Boba mit dabei ist, ist schon sehr, sehr interessant. Aber wirklich, mehr großartige News haben wir jetzt nicht aus der letzten Woche. Wenn in dieser Woche was Neues passiert, werdet ihr das aber natürlich nächsten Montag im nächsten Community-Video erfahren. Kreationen habt ihr in der letzten Woche keine hochgeladen, sonst würde ich die jetzt hier ganz gerne zeigen. Aber wenn ihr euch Kreationen aus der Community anschauen wollt oder halt selber welche hochladen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zum Star Wars Universe Discord-Server und da in der Kategorie Kreatoren im Textkanal SWB Community Creations könnt ihr euch die alten Kreationen anschauen und halt auch eben neue Kreationen hochladen. Aber kommen wir damit zur Beantwortung eurer Fragen. Die namensgebende Frage stammt von Christy Batgirl und lautet, wer war Darth Phobos? Eine interessante Frage und ich muss sagen, der Name hat mir, um ehrlich zu sein, auch bisher noch nichts gesagt. Ich dachte, das wäre vielleicht ein fankreierter Charakter, aber nein. Darth Phobos ist offiziell, ist ein Legends Sith, beziehungsweise eine Legends Sith Lord. Und das hat mir nichts gesagt, weil Darth Phobos bisher quasi nur in The Force Unleashed 1 aufgetaucht ist. Aber da habe ich die PC-Xbox-Version gespielt. Die Nintendo Switch hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja, mittlerweile ist es auch auf der Switch, aber nein. Die Nintendo Wii, PSP und Playstation 2 Version habe ich noch nie wirklich durchgespielt. Die war aber deutlich anders als die Hauptversion von The Force Unleashed. Und da tauchte aber Darth Phobos mit auf. Beziehungsweise eine Repräsentation von Darth Phobos. Und die Hintergrundgeschichte zu Darth Phobos ist die, dass sie eine Sith war, die irgendwann zwischen 2000 und 4000 Jahre vor den Filmen gelebt hat und relativ mächtig geworden ist. Versucht hat, viele andere Sith zu töten. Bei vielen hat sie es geschafft. Dann haben sich die Sith aber gegen sie gestellt, versucht sie zu ermorden. Das hat nicht geklappt. Die hat einen ganzen Kult um sich erschaffen und gleichzeitig Sith und Jedi angegriffen. Weshalb dann die Sith und die Jedi sich mal kurzzeitig zusammengetan haben, um Darth Phobos zu stürzen. Was geklappt hat, aber einige ihrer Anhänger haben noch relativ lange überlebt. Was ganz kurz gesagt die Geschichte von Darth Phobos ist. Und großartig viel mehr wissen wir über die auch gar nicht, weil wir außerhalb von The Force Unleashed nie wirklich eine Geschichte in einem Roman oder in einem Comic oder so über die bekommen haben. Was relativ schade ist. Ich glaube daraus hätte eine ganz coole Geschichte entstehen können. Aber, gut ist es, Legends werden wir wahrscheinlich nie mehr bekommen. Dank des Kanons deswegen auf zur nächsten Frage. Jaina schreibt, es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Warum gab es am Ende von Episode 1 keinen Zweifel? Maul wurde zerteilt und ist abgestürzt. Er hat mit keinem anderen Jedi außer Obi-Wan und Qui-Gon zu tun gehabt. Nach dazu nicht ein Wort geredet. Wie kann dann aus, das ist unmöglich, ein es besteht kein Zweifel werden? Eine ziemlich gute Frage, bei der ich mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher bin. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, der war so unglaublich mächtig, Maul, dass die halt davon ausgehen, es muss ein Sith sein. Denn zu der Zeit gab es sicherlich auch gefallene Jedi, die wir in Legends definitiv erfahren haben. Im Kanon haben wir nicht so viele Storys darüber, aber die gefallenen Jedi wären dann wahrscheinlich nicht so mächtig gewesen wie Maul. Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Da haben wir dann natürlich das Problem mit The Acolite, dass da natürlich dann jetzt Kimir aufgetaucht ist, der ziemlich mächtig ist. Aber so ziemlich jeder, mit dem Kimir zu tun gehabt hat und der gesehen hat, wie mächtig der ist, ist entweder tot oder hat sein Gehirn gelöscht bekommen, sozusagen. Deswegen, ich würde mal vermuten, weil Maul halt einfach so verdammt mächtig war und Qui-Gon zum Beispiel töten konnte. Ich vermute mal, dass die Jedi deswegen davon ausgehen, dass Maul halt eben ein Sith ist und damit vielleicht zufälligerweise auch richtig dient. Aber das war auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich nächsten Montag im nächsten Community-Video beantworten soll, haut sie hier unten in die Kommentare. Mit ein bisschen Glück kommt die dran. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein. Ja. Ja. Ja.